Einen wunderschönen guten Tag und hallo! Ich muss euch alle herzlich wieder zur nächsten Folge von Strategy Command World War II War in Europe gegen den Herzog Dann schauen wir mal was er gemacht hat oder nicht gemacht hat was wir nicht sehen weil momentan mache ich mir so ein paar Kopfzerbrechen warum er bei Frankreich so wenig Truppen stationiert hat aktuell Könnt ihr Gegenoffensive starten? Ich glaube nicht So, vielleicht hat das jetzt begonnen Entweder jetzt oder nächste Runde Gehe ich von aus, dass wenn er nach Frankreich will, dass er dann nach Frankreich marschiert über die Niederlande, Belgien Ähm Oh, nee, er hat Schnee Dann kommt er nicht Dann kommt er nicht Also bei Schnee hätte ich auch nicht angegriffen Ähm Altmark In norwegischen Gewässern Okay Äh Da Und da Schwerer Kreuzer Okay Sind dann machen Sind dann machen und tun Wie weit können aktuell den Fallschirmspringer springen? Weil die hat er ja Aber eigentlich benutzt man die für Belgien nur um sicher zu gehen Sechs Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Also er könnte nach Belfort wahrscheinlich springen Epinal Da sitzen wir drauf Da könnte höchstens daneben landen Und dann kann er angreifen Vernichten Ja Aber der kann es nicht einnehmen Okay Hm Jo Hilft uns nichts Hilft uns nichts Wir müssen jetzt Truppen erstmal auffrischen Äh Du kriegst gerne mal noch ein paar Pünktchen da rein Du noch den einen Haaaaa Strategischer Bomber Will ich den? Ja eigentlich schon So Ähm Hat er wieder irgendwo was investiert? Noch als Frage 150 Punkte hat er investiert Ich weiß nicht ob der Schweden verteidigt Oder ob der hier den, äh Irak angreift Äh diplomatisch Äh Ist mir beides Also gut Irak angreifen wäre echt doof Wegen Punkte Äh Äh Ich weiß gerade nicht Ja Okay Äh Schweden Norwegen ist fast auf seiner Seite Äh Wo ist denn Irak? Da Da Okay Egal Äh Der Amerikaner kann Nix machen Wir können höchstens mal nur Gucken ob wir was finden hier Zack Fahr mal Fahr mal Mh 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 Wo zum Teufel sitzt der? Wo zum Teufel sitzt der? Wo zum Teufel sitzt der? Okay Hä Ich finde den nicht Ich finde den nicht Mh Mh Lauf mal weiter Lauf mal weiter Richtung Wtf Leicht erschrocken Ähm Lauf mal da hin Ich glaube die restlichen Russen können bei nichts mitmachen Aber der Russe fängt jetzt langsam an hier zu mobilisieren in Anführungszeichen Dadurch hat er hier nochmal vier Punkte Wobei von den vier Punkten kriegt er ja gerade mal 55% von diesen 55% kriegt er 6% Also das ist äh 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 Lächerlich wenig Äh Wir können gerne nochmal reingucken bei England England hat nichts zum forschen Der Franzose hat nichts zum forschen Der Amerikaner hat nichts zum forschen Wir können In der Theorie was investieren Oder in Truppen Na komm ich will den Schweden raushaben Das ist das was mir am wichtigsten ist Äh Wir können einen falschen Jäger holen Spezialeinheit wäre auch nicht verkehrt Besonders unten im Süden Wir haben gesagt wir brauchen eigentlich Jagdflieger Gegen den Deutschen Ähm Fallschirmjäger Die Fallschirmjäger bringen uns eigentlich nur bedingt was Die kann man kostenlos hin und her verlegen in Anführungszeichen Andererseits das HQ haben wir gesagt was wir haben wollen ne Hier unten noch eins und zweites Damit wir einfach eine geile Versorgung hier haben Ich will seine Luftwaffe ein bisschen kontesten Habe ich jetzt beschlossen und dann sparen wir als nächstes auf das HQ Ähm Ja Pünktchen wahrscheinlich rüberschieben weiß ich grad gar Hä Hä Können wir uns nicht entscheiden Ob wir Amerika Punkte nach England schieben Ok Großbritannien Ja das sind die Dinger Kanada Ne Stimmt geht noch nicht Ok das ist erst später Anscheinend Anscheinend Ok Ja gut Dann war es das Wir können die theoretisch in Position hier bringen aber So viel hilft das jetzt nicht Der geht grad nur auf Boden Dann gehst du auf Bomber Du gehst jetzt erstmal auch nur auf Bomber und Boden Hä Ah Wenn ich auf Bomber gestellt habe dann bist du automatisch auf Dingens Ah Ok Äh Hier unten können wir eigentlich nichts nennenswertes machen Der kann natürlich Monaco sofort nehmen das ist mir egal Äh Lyon ist das einzige Problem Hier ist doch besser habe ich entschieden Ich weiß dass wir hier eigentlich Äh Noch von der Reichweite her perfekt reinkamen Aber wenn ich ehrlich bin Ich will ja meine Linien hier verteidigen mit der Luftwaffe Und dann ist das so schon ein Ticken besser Ähm Und du gehst bitte ein Stückchen doch nach oben Dass falls ich mich zurückziehen muss das schnell schaffe Genau Nee die bleiben in zweiter Reihe Dritte Reihe Zweite, dritte Reihe Die Engländer Ich war grad am überlegen die da hinzusetzen Aber ich will den hier eigentlich schon nicht verlieren Aus dem einfachen Grund daraus Dass der halt die Mobilität und Luftabwehr hat Und diese Mobilitätsverbesserung Die ist halt sau teuer Wenn ich jetzt mal nachgucke Hab wohl 30 Punkte sind das nur ne Bei ihm sind das nur glaube ich ein bisschen mehr Ja 50 Punkte ist halt zu viel Den kann ich mir so nicht mehr holen Diese Verbesserungen sind halt übel Okay Pioniere haben Festung fertiggestellt Ah Die russischen Pioniere Nein Logistik ist ganz nett Na gut Dann wieder eine sehr kurze Folge Ich hoffe es hat euch gefallen Ich freue euch auf die nächste Folge Oder wenn der Krieg überhaupt mal los geht Bis dann Ciao Ciao